Hallihallo und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Shellshock Live mit den hier aufgelisteten Personen ich spiele heute mal ich spiele heute mal online einfach mal auf gut Glück gegen irgendwelche Leute nein natürlich mit dem Strobo Ducky und Drahl natürlich ist ja völlig klar wir sind immer noch in einer Aufnahme Session und spielen wie gesagt Shellshock Live Rebound übrigens das muss noch mal kurz erklärt werden was ist jetzt Rebound ja Alter wülf du mich verarschen oh Gott wir müssen jetzt Alter wir müssen jetzt mit Bande spielen sozusagen wer hat den Scheiß ausgewählt er kommt nicht mehr mit ich weiß noch nie nein knapp daneben ist auch vorbei noch sagt man ja so schön ja klar aber wo ist das Ziel ähm töten oder ja okay das dauert das ist eine Weile Prozent 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 im Prinzip der Alten na ja doch Prozent da macht mal Prozent wie er so nicht kann man ihn treffen bekommen ja nicht so schlecht Naja, ich will ihn mal jetzt nicht vorzeitig loben. Ich pack bei der Crew gleich meinen anderen. Ich weiß es aus und werde dich sowas von nerven. Schön. Oh, toll. Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Sie selber können übrigens auch töten. Na, ist egal. Du musst das obere treffen, das obere dann durchrutschen lassen und dann auch Stroh dabei erwischen. Genau dasselbe hast du jetzt im Bett auch gesagt. Ist das, war schon ganz gut, du hast nur ein Schützchen getroffen. Nee, ich wollte ja gar nicht. Du hast Amor voll. Naja und? Sag mal, du hast gerade Amor bekommen. Na, ist doch schön. Da können diese Stelle mal einer da drüben ein bisschen abschießen. Oh, interessant. Tschüss, aber ich durfte wenigstens einmal schießen die Runde. Das ist interessant. Ich auch. Einmal. Mich selber ab. Läuft bei uns. Puuuuh. Na, warum spiel man jetzt? Puuuuh. Wuiiii. Oh, schade. Warte, da kommt noch. Hahaha. Hahaha, was ist denn das? Na, der fährt einfach mal rüber zu mir. Ja, oder? Und stießt mich mit einem Messer ab. Hahaha. Mit Bande natürlich. Das ist so ein rosa Ding. Das traurige ist, dass glaube ich auch, dass er das hinkriegt. Eben. Schau mal, schau mal. Alter, das ist... Puuu, Puuu, ey, das ist wie bei Pinball hier. Alter! Alter, der hört schon wieder an! Aber behaupte nicht, dass du das gezielt hast. Jetzt mal ohne Quatsch. Also, ne. Haha. Ach, guck, guck, du dich. Hahaha. Ja, der war schön. Na ja. Hat nur nix zu drauf. Ne, das ist doch kacke. Die Spielrunde gefällt mir ne. Also dieses Spiel-Dings, gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir gar nicht. Hahaha. Wie es sich einfach durchfrisst, ne? Mh. Jetzt aber. Hoffst du? Also hoff ich! Und... Du hoffst, ich treff nie. Wahrscheinlich irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt schieß halt. Ich muss erst mal gucken, was ich überhaupt nehme. Soll ich realistisch sagen, wie deine Chancen aussehen? Jawoll. Gar nicht schlecht. Bumper Skinshot. Plus 5 XP, man. Jetzt wird's interessant. Ja, dann kann er keinen Schaden machen. Geht nicht. Geht gar nicht. Doch, weil er den Ball auf der Mitte aufsetzt und er dann noch einen Hubbel nach rechts macht. Nein, der müsste jetzt da hinten in die Bande, in die Rosa-Bande werfen und dann zurück und so. Also in die Begrenzung außen, müsste er reinschießen. Ach, pass auf, der schafft er schon. Ja, siehst du, wie er's macht, weißt du. Ach, die gilt also auch, ja? Ja, klar. Nee. Nee, die gilt nicht. Du hast doch dann die Rosa-Bande getroffen. Was ist denn das? Ja, von der falschen Seite. Was? Du musst hoch machen. Hoch. Und du musst vor ihm runterkommen, dass die alle da rüber spritzeln. Klar, ich... Da, wo ich mit dem Finger gerade auf den Monitor zeige, da muss er drauf treffen. Genau. Gar nicht. Doch, doch, warte mal ab. Doch, das ist doch nicht schlecht. Bin zu weit. Bisschen zu weit. Ein Ticken. Was? Buh, 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 buh. Ja, der schießt jetzt links an die Bande, an die Gerade. Und versucht, ja, genau. Aber das war zu weit. Ja, jetzt war es. Das war's. Na, ich hab nicht was streut, das ist das Problem. Ich hab nur was, was punktuell. Du musst doch nicht was streut, du musst doch noch was an was trifft. Genau. Ach, komm. Ernsthaft. Blub. Na, toll. Da hat's nicht leichter. Ne. Was, Tangente, was? Tangente. Mhm. Ein rosa Schuss, zieht das extra, was? Da brauchst du die Bande nicht treffen, weil der Schuss schon rosa ist. Boah, der trifft auch noch. Und tschüss. Nee, das ist nicht mein Modi. Nee. Und dann trollt er auch noch, weißt du? Strobo, Mensch, alter. Aber mit der Musik beim Gewinn kann man dem einfach nie böse sein, ganz ehrlich. Das ist bloß die Modi ausgemacht haben. So was möchte ich mir denn jetzt? Anderer Mode, scheißegal. Ja, irgendwas anderes. Gibt's noch ein letztes Mal? Nee, das war's letztes Mal. Nee, das war's letztes Mal. Nee, das war's letztes Mal. Okay, dann machen wir mal. Boah. Von vorne wieder an. Fang mal von vorne wieder an. Ja. Ja, Deathmatch oder Team Deathmatch. Ja, klar. Deathmatch. Gut. Alle gegen alle. Alle gegen alle ums Robo zuerst. Aber 100 pro hell. Klingt das noch ein Deal? Ja. Oh, tschüss. Klingt jetzt weh bei mir. Nee, tschüss. Wo geh ich denn nun hin? Wo geh ich denn? Wie du willst? Nee, du kannst ja keinen Bunker bauen, das weißt du. Na nur, da kann doch gleich zwei auf einmal. Ja, da hab ich ja keinen Schutzschild da. Oh, doch nicht doch. Oh, auf beide. Hä, freut das nicht noch? Nee. Wo warst du gleich noch mal? Auch nicht so weit bei mir um die Ecke noch. Das war übrigens keine Drohung, das war nicht verspricht. Ah ja, als Letzte bin ich wieder. Ist ja eigentlich voll fies, ne? Wenn drei vor dir dran sind, alle drei auf dich gegangen sind, bist du tot und dann kommt's gar nicht zum Schuss. Jeder hat keiner auf dich. Nee, aber theoretisch. Also ich halte mich an das, äh, jeder gegen jeden und, äh, Strohbo zuerst. Der hat's einfach besser drauf als hier. Der war schön bunt. Der war schön bunt, das war die Shotgun, der Upgrade von der Repeatfire. Der war schön bunt, das war schön bunt, das war schön bunt, das war schön bunt, das was ist jetzt so Bollywood, oder was ist los? Wie? Naja. Du weißt ja, du weißt ja, wonach das bei Strohbo riecht, ne? Schiebung, Schiebung. Was stimmt für euch eigentlich nicht? Seht ihr eigentlich auch diese tollen, bunten Farben? Wie ich? Nein. Ne? Gut ich sollte meine Tabletten wieder nehmen. Ach ja, ne ich... Bitte. Jetzt komm, schiess. Schiess des Fallens. Jawoll! Schoooo Geneva. Das war mal ein schöner Punkt ich hab's auch gar getroffen! Wandervoll, wandervoll! Wanderfuhl! Mit U-H! Wanderfuhl! Was nehm ich denn jetzt hier so mal bissl? Ach nö! Kopiii! Wanderfuhl! Oh schön, danke! Ich geh immer gerne ein bisschen höher. Da kannst du wenigstens auf die anderen herabgucken, wa? Ich bin nur 1,70. Was meinst du, was ich mich anstrengen muss? Auf mich kannst du trotzdem herabgucken. Och, das war nicht schlecht, ne? Oh, das kann man mal machen. Ist du mein Möglichstes? Strobo sagt halt nix mehr, weißt du? Der ist grad hochkonzentriert. Ich weiss ja schon, wenn Strobo down ist, was als nächstes passiert. Da geht das Zielrohr direkt einmal um 180 Grad zurück, weißt du? Ich hab's doch genau weiter nicht wahr. Oh, scheiße. Och man, umfah. Geh mal noch zu weit, sag mal was ist denn bei dir los? Ich hab mich doch schon eingekürzt. Hast du nicht? und er hat auch und du bist nicht mehr zum Eingriff so ich bin raus mich trifft er nicht wir haben uns darauf was über passen auf du wir machen jetzt hier so einen Boden und echt schwierig komm es stellt sich nicht so ausforderungen stellt sich nicht so an willst du er versucht es wie geil mehr da was mehr gut da geht er mich doch nicht was bauen die naja wenn wir dich jetzt treffen dann gibt es irgendwas extra die goldenen oh warte mal drauf auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt so zu sagen das hat aber nichts mit Kopfgeld da drüben zu tun ne das hat doch nichts mit strom und zu tun ich dachte ich kann hier drüben lang was ist denn wieder der falsche welcher ist denn das ach jetzt will wir machen so ach Tanneler ist das ja ja da hat man dann hat man noch ein Bounty auf dem Kopf stehen und da ist die alle freundschaft dahin welche freundschaft denn ich mache überhaupt nichts ich wollte ich wollte vor allem den drei wirklich nicht treffen aber vorhin habe ich die ganze Zeit zu weit geschossen weißt du dachst du naja übertreibst du ein bisschen gehst du ein ganzes stück zurück und dann so ein scheiß und der trifft naja nein naja naja da hm machen wir das hier hui und es trifft was ist das wie viel kostet das und warum funktioniert es und wie ach ok ich weiß wo das ist nächstes mal weiß ich auch wo ich jetzt hier muss ja bei ihm hin vielleicht Dream war das hm das war jetzt nicht so effektiv wie ich vermutet hätte aber wir schießen gerade zur drittzeit das runden auf ihn und er hat immer noch über halbes zu leben und der schießt mit Hähnchengeulen durch die Gegend jetzt hab ich Hunger auf Hähnchen recht häh�만f 8 jetzt ja jetzt ein bräuel alter ja aufh ich kriegt schon wieder moore uahh jetzt ein bräuel und erda oh das wird3 Sorry www Ministry ich glaube das wird3 Oh, jetzt... 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 oh jetzt ein Broiler, alter... Hör auf, ich krieg schon wieder Hunger. Oh, jetzt ein Broiler. Oh, ne. Oh, das wird DRA. Sorry. Ich glaub, das wird DRAs Ende. Oh, jetzt, Alter. Geht ab. Ich glaub, das wird DRAs Ende. Ja, okay, ich glaub auch. Mir hat der Berg da nicht gefallen. Fand ich auch hässlich. Eisberg. Ja, Scheißberg, genau. Eisberg, scheißte was? Beides. Ja, zu weit. Na gut. War doch gut. Na ja. Oh, gut. Also, bei weit dran. Was? ALTAAA. Er hat das große Messer genommen, nicht das kleine. Ne, das Publikum. Das ist... Alter. Das ist schon scheiße, ne? Brobo, kennst du bei der Kuh eigentlich schon meinen zweiten Account? Ne. Da ist der Name Programm. Doch, siehst du aus Rampkiddy. Oh Gott, Chris krieg ich vielleicht noch Bund. Halt. Halt die Klappe. Aber ich bin hier hinten in der Versenkung. Ich kann hier nix machen. Schön, schön. Na ja. Hm. Das war fast ein bisschen hübsch, aber nur fast. Na ja, klar, läuft bei dir. Hm. Das krieg ich vielleicht noch gut. Ich weiß nie. Arrogant, mach ich sein. Das ist ja nur Chris, weißt du. Nur. Alter. Hm. Da hab ich zwar nix, aber ich kann ja mit nix auch nix anfangen. Nix anfangen. Ja, eben. Ah. Ja, da müsste sogar... Da müsste... Ja, genau. Wunderhübsch. Boah, schön. Okay, ich probier's. Nein. Ah. Kacke. Ach nee. Jetzt bin ich wirklich daunt. Hätte der getroffen, wäre er weg gewesen. Mann. Na genau. Jetzt kommt das Cheater-Tool wieder raus hier. Äh, tschau. Nee. Oh doch. Hm. Und noch einmal. Und tschüss. Winke, winke. Ah. Ja, ich wollte gemein sein. Hm. Jetzt ist Darki dran. Alter, kein einziger hat getroffen. Vor allem, da kommt auch übelst die Kanten hoch, ne? Da häng ich an jeder Scheißkant. Ja. Das ist... Das weiß ich nicht. So. Brrrr. 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 Ist das jetzt, äh... Äh, Warnung vor Sturm, oder? Ja. Der muss ja erstmal den Winkel ausmachen und jetzt ist er so ready. Und jetzt, äh... Nein. Strobo ist aber dran. Macht nix. Der hat auch neue Waffen. Das doofe ist, der hat auch neue Waffen. Ja. Aber hat er grad so'n rosa... Megavögel, aber zu weiter. Das war jetzt echt Glück. Das war jetzt echt Glück. So, und jetzt kann ich wieder treffen. Jetzt kann ich wieder treffen. Ja, ja. Ja, das wieder irritiert mich grad ein bisschen. Ach klar, guck mal. Ja. Ja, der Drei. Oh ne. Wieso irritiert dich das denn nicht? Na, nö. Also, bloß, also, weiß ich nie. Nur weil ich mich nicht treffen, heißt das so lange nichts. Ach, nimm's nicht so, ich bin auch nie besser. Was ist das denn? Ah, punktenau, Alter. Nee. Waaam. Punktenau, ne. Mal spannend. Ja, sicher das. Das wird nicht spannend, wenn Doki weiter so schießt. Mach das mal an. Oh, der sagt 18 Minuten. Haben wir jetzt die ganze, die ganze Runde? Oh, schön. Oh, gut. Haben wir jetzt die ganze Runde dafür gebraucht jetzt? Mhm. Ach ne, wir haben vorher dieses andere gespielt, dieses komische. Mit dieser Bande. Jupp. Ja, das ging ja nicht so lang. Jetzt komm, mach. Ja, eh. Ja. Na, sei denn. Ja, ja. Piu. War das jetzt, Scotty beam mich hoch, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, 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 ja. Ah, ja, doch. Tust du. Ah! Jetzt hältst du mir das auch geben. Weißt du? Äh, ich gebe es jetzt. Richtig. Ja, 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 ja. Ah, ja, doch. Tust du. Ah! Jetzt hältst du mir das auch geben. Weißt du? Äh, ich gebe es jetzt. Richtig. Nein, nein. Das tut er nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das kann ja sein. Wird er das nochmal treffen? Nein. Und genau das. Und genau das sehen wir in der nächsten Folge. Oh Gott, was machst du denn? Oh, nice. Oh, nice. Das war aber Glück. Das war aber Glück. Wie verstanden, ne? Nein, das war's nicht. Aber wir können alles gut, danke. Bling! Victoria! Oh, geht aber so uns gut, ja? Da steht, kriegt du sie. Ah, Katze! Wir werden die gleiche nächste Aufnahme geben. Na, dazu muss ja irgendjemand erst mal Tschüss sagen hier. Ja, ich hab hier noch irgendwelche. Ich hab die Klicks wieder hier runterlaufen, da. Alles Gute, meine lieben Freunde! Bye, bye! Und danke fürs Zusehen bei dieser Folge von Elshock Live mit dem Knusperger! Hm? Dem Strobo! Tschüss! Und dem Drau! In Level 9! Ciao! Bye, bye! Winke, winke!